hallo leute es geht wieder weiter mit outlast whistleblower ja 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 wir sind hier nacht und der ist ja hinter uns her scheiße stimmt ja scheiß glaskin so ist er nämlich und er wird jetzt wieder kommen ich habe gelesen der wird uns eh so finden du extra kriegst mich nicht weiß er denn dass ich ich habe vergessen aber wo jemand liegt aber wir wissen ja ungefähr wo der weg ist nein ach da geht es lang ich habe es nicht gesehen tut mir leid muss der mich in schrecken einladen einladen ja einladen an also aber jetzt weiß ich wie es geht ein kurzer ein kurzer test wie alles auf uns her weil ich habe das schon lange nicht erspielt bestimmt schon da geht es durch nicht nein geht es nicht sieg sieg da kommt er wieder da war die ganze zeit dahinten ok kann er mal in einem anderen raum gehen wenn er hier nichts findet dann kann er noch in einem anderen raum gehen wir sind kurz vorm finale da geht man den gleichen weg da geht man den gleichen weg mit kein darlegen spielst du dir nur ein so 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 ich bin keine fotze du blöde arsch ich bin eine hübsche dame die nicht gleich zu sachen kommen sollte ja und hier ein dokument und batterie würde ich gerne feiern ach da ist ja eine wir haben ja alles nicht mehr dabei ja der x hat uns alle batterie geklaut das hängt sich ehemann hier er piste ich was an der batterie so nicht fenster rein das so hier rein was das nächste ist was wir haben ach hier sind wir dieser fahrschule abgebrochen ist aus juxen dollerei toller rei pixel grafik was ist das denn für ein schein ja da unterspring ich es nicht hättet wohl gerne was hat denn hier speichert warum speicherst du auf eier irgendwie ist es so was düster okay wir gehen die batterie nach und nach ach so wir müssen es wird es nicht auf plan haben wir schon gewundert was nicht so hell ist so hier hoch wahrscheinlich b speichert Ich gehe nicht in die Seile, könnte hier auch eine Falle sein. Jetzt wieder hier, wie kommt er denn so schnell auf die nächste Etage, wo der Fahrstück kaputt ist. Ah, eine Treppe. Gut, dass er singt. Das ist großartig. Das ist keine Batterie, warum ist hier ein Hochzeitsteil? jetzt also kommt hier auch nicht rein aber wir können auch nicht gehen mhm mhm ah das sind Batterien hey Schauen Sie einen rein! Ach, geht nicht! Scheiße! Penner! Wo ist der Save-Point? Ach, hier, ja! Den Schlüssel habe ich vergessen. Toll! Ich hab... Den Schlüssel braucht mir! Okay! Ich nehme den Schlüssel! Wie blöd ist das denn? Stimmt! Ich muss jetzt wieder zurück. So, wo können wir uns jetzt verstecken? Hä? Hä? Verpiss dich! Dein Schlüssel dafür! Verpiss dich! Schauen, Eier! Geh mal aus den Augen! Mal schauen! Hä? Dein Schlüssel dafür, Pisser! Hätte für alle Schlüssel, wa? Der ist der Schlüssel zu seinen eigenen Sarg! Geh mal aus den Schlüssel! Ja! Geh mal aus den Schlüssel! Die Schlüssel! Lasst hast du mir an das. Elfers! Los! ach noch was ich will keine frau verstehe es doch mal da steht der drecksack two faces ist es so operiert es sich selbst das war die schade schon eins herausgegangen ja ist rausgegangen aus dessen ist viel raum jetzt nicht weiter wer kontrolliert natürlich die anderen türen hat man sich da auch ok der kommt wieder sieht man mich nicht hier bestes versteck ever bestes versteck ever ok da geht wieder rüber kann ich mich auch hier unter verstecken da kann da kann glaube ich wir sind fast da ein moment bitte wenn er hier rein kontrolliert ne hier 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 wo ist der drecksack da steht er in mitten der seile kann man ja nicht ausschalten irgendwie mit seinen gedöns was macht er wo ist der ne eine katzie Nee, das war nicht die Tür. Die Tür. Ich wusste es. Oh, wir sind jetzt hier schon. Du kannst hängen, wie die anderen. Nein. Wieso? Oh, Alter. Kann ich was machen? Boom. Halt still. Die Deckelküppelstein. Oh, dammit, darling. Nein, du musst mich behalten. Was? Was geht denn hier ab? Oh, gewächtigt. Das war eine Turnhalle, ey. Was, wie eine Potze? Ach, der hinten kann ich auch durch. Ach, das ist ein Nebentier gewesen. Der Drecks hat die benutzt, also ich... Krass, da konnte er einfach so schnell nach hier kommen. Ich steu arsch. Und was wird es jetzt erwarten? May ward. Oh! Oh!